So, jetzt haben wir die letzten paar Male ja gewonnen. Nachdem wir ein Matchduell hatten, kommt jetzt mal wieder ein Einzelduell. Oh ja. Ich hoffe, du bist bereit, Yugi. So. Ah, der ist echt nett, der Yugi. Ich darf jedes Mal beginnen. Echt haben wir nett. Und gleich die neue Karte. Richtig nice. Wir tun dir mal rein. Bis jetzt kam noch Nia Fallenmeister. Also, kommen wir jetzt später wahrscheinlich. Oh, der besiegte meine. Scheiße. Schade. Jetzt fängt er damit wieder an. Erstmal los, wenn die Karte. Er greift nicht an. Okay. Ach, ist es dann vielleicht, ähm, oh, scheiße. Oh, scheiße. Richtig scheiße. Das tat weh. Aber wenn es diese Karte ist, wo ich dann erstmal angreifen muss und dann meine kompletten Tür, äh, Angreifer verliere, dann wäre das natürlich auch ziemlich scheiße. Ach, du Scheiße. Das ist ein Problem. Was? Jetzt, ich setze eine Karte. Boah. Da denkt man, man hat mal eine Chance. Und dann kommt der Scheiß. Ich muss den in den Angriff setzen. Die Karte wird so oder so niedergemacht. Und ich kriege nicht einmal Schaden. Richtig geil. Aber jetzt kommt der 2500er wieder rein. Nein. Na okay, er gibt ihn halt nicht für diesen, für den Neo her. Das ist der Stärkste, für den man keinen Tribut braucht im Nahkampf. Also warum soll er den hergeben? Das konnte ich ihn auch nicht besiegen. Ich glaube, das Duell habe ich verloren, wenn nicht bald die Karte kommt, die ich brauche. Es gibt zwei Karten. Entweder schwarzes Loch. Löst alle Sorgen. Oder aber. Ich ende meine Karte. Dingsbums. Rüberziehen. Dass er dann meine Karte ist. Ich tu den nochmal rein. Es hilft alles nichts. Es hilft alles nichts. Oh nice. Ich kriege Schaden und kriege die Karte gleich wieder. Ich hätte wohl ihn angreifen sollen. Dann ist diese Karte zu 100% die eine, wo zwei von seinen zerstört werden und eine von meinen. Die Karte würde ich genauso wenig hergeben für Starken. Ja, ich weiß, dass ich verliere. Du brauchst die Musik nicht zu machen. Okay, damit haben sich die Probleme schon mal erledigt. Und jetzt nehme ich den hier. Wehe, du bist ein Menschenfresser. Hanne, Hanne. Boah. Der macht den echt fertig, ey. Ey, das ist der Wahnsinn. Warum sammelt er die ganzen Karten? Einen davon kann er gleich einsetzen. Ach nee, Alter. Bastard, ey. Du Bastard, ey. Der besiegt mich einfach so. Das ist peinlich, ey. Okay. Das war nicht, dass wir sich... Jetzt weiß ich nicht. Was sind das hier für zwei Karten? Eine? Ja, aber... Alle beide gleich? Die gleichen, oder was? Ich glaube, dass jetzt mindestens eine Fallenkarte ist. Also irgendeine gefährliche. Zu spät, mein Lieber. Zu spät. Ja. Und jetzt müssen wir uns verdammt schnell beeilen. Das müssen wir hier niederbringen. What? Ja, ja, ja. Der entscheidet doch, Alter. Warum hat er das ein bisschen davor nicht eingesetzt? Alter, der bescheißt doch hier aufs Übelste. Ich hätte, ich hätte den 1600er nehmen sollen. Verdammt mich, ey. Oh, nice. Das rettet uns das Leben, womöglich. Auf jeden Fall sieht es gerade für uns verdammt knapp aus. Das war ein guter Attacke. Aber das mit der... Mit der Karte war echt gemein. Und jetzt haben wir verloren. Den habe ich auch einmal, zweimal, glaube ich, gekriegt. Ähm... Wenn jetzt wieder ein Angreifer los schickt, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich verloren. Aber ich... sehe hier keine Chancen. Es kommt jetzt wirklich hier auf die letzte... Auf die nächste Karte an. Ob ich jetzt gewinne oder nicht. Ich habe verloren. Es gibt so viele Karten. Ich habe gerade... Ich habe ja nicht mal so viele. Und genau die Karte, die ich will, oder die Karten, die ich brauche, die kommen nicht. Das ist scheiße. Egal, was für eine Karte kommt, ich kann nicht gewinnen. Weil... Ich kann nicht angreifen. Ja, ich kann ihn höchstens noch stärken. Schade. Das hier haben wir leider... Total... Verloren. Steht nirgendwo... Never give up. Was ich niemals aufgeben soll. Aber naja. Diesmal haben wir leider verloren. Kommt auch vor. Schade Schokolade. Aber nun... Dann sehen wir uns halt eben in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, ob es besser wird. Ciao.